Willkommen zurück, meine hohe verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Runde Multiplayer Replay Action. Hier eine Schlacht, die ich in den Schnellschlachten gefunden habe und mit euch teilen wollte, denn wie ihr vielleicht am Stream am Samstag gesehen habt, habe ich mich ein bisschen mit den Tiermenschen versucht und bin kläglich an unserem grandiosen Trainer Ludwig15000 gescheitert, der mir gezeigt hat, wo die Hake hängt und wie man Tiermenschen richtig spielt. Darum bin ich in die Schnellschlachten gegangen, habe ein bisschen mit Tiermenschen rumgespielt und ich muss sagen, man kann schon mehr aus ihnen rausholen, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Das hier war ein ziemlich interessantes Matchup gegen die Gruftkönige. Was haben wir mitgebracht? Ich möchte ein bisschen auf die Tiermenschenarmee eingehen, da ich sie jetzt auch selbst besser kennenlerne. Wir haben hier eine Frontlinie aus Bestigors dabei, rüstungsdurchdringend, 40 Nahkampfangriff, gute Rüstung von 95, allerdings nur eine erbärmliche Nahkampfabwehr von 24, das heißt, sobald sie gegen irgendwas anderes kämpfen, das rüstungsdurchdringend ist, sind sie ziemlich schnell tot, aber als Überraschung ganz gut, denn Gegner erwarten normalerweise nicht so viel gepanzerte Infanterie. Dann gibt es hier noch das legendäre Korox im Menschenreißerregiment, besonders zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie Bonus gegen Groß haben, gerade wenn Konstrukte ankommen oder Streitwagen, können die hoffentlich die Linie halten. Auf der anderen Seite, Morgen der Schattengeborene, eine der fiesesten Chaosviecher, die es überhaupt gibt, wenn ihr auch so werden wollt wie ihr, dann, keine Ahnung, dann müsst ihr Korn, Schleinisch oder Zinisch anbieten, einer eurer Wahl, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wem Morgen der Schattengeborene Eher angehört, Mutationen sind ja irgendwie so eine generelle Chaos-Sache. Absoluter Panzer, Regeneration, magische Resistenz, unfassbar viel Resistenz gegenüber, über Pfeilen, Missile- oder Geschossresistenz, 75% ist ziemlich schwer kaputt zu kriegen, ein Schamanen-Zauberer mit Schattenmagie, Melkos mystisch zum ersten Mal, um Gegner zu verlangsamen und das Pendel gegen die Infanterie. Das kommt von vorne, der Trick an der ganzen Armee war, auf dieser Karte konnte man sich auch hinter dem Gegner platzieren, dass hinter unserem Gegner ein riesiger Haufen aus Ungors steckt, Ungors und die Zerstörer von Drakenwalde mit Gift, die sehen so ein bisschen aus wie kleine Teufelchen. Das ist jetzt nicht unbedingt die stärkste Infanterie, aber um Skelette kaputt zu hauen, reicht es mit 28 Nahkampfangriff insgesamt, die wollen dem Gegner in den Rücken fallen und was ich auch von Ludwig gelernt habe, viel, viel Kavalerie mitnehmen, Sentigors und Chaos-Hunde mit Gift, Chaos-Hunde mit Gift, einfach für den Debuff, der ihnen das Gift gibt und die Sentigors mit 29 Nahkampfangriff halbwegs okay, aber ihr besonderer Vorteil ist der Angriffsbonus von 45, das heißt man muss sie immer cycle chargen, wenn man Erfolg haben will, perfekte Vitalität lässt sie auch bis zum Ende des Kampfes noch gut dastehen und eine ganz, ganz wichtige Einheit, Multi-Purpose-Unit, Sentigors mit Wurfex, nicht nur sind sie im Nahkampf gar nicht mal so übel mit 27 Angriff und 20 Abwehr, klar, nicht super gut, aber okay. Sie haben 32 Weifenstärke und immer noch einen guten Angriffsbonus von 32, also die kann man auch am Ende noch zum Cycle-Chargen ganz gut benutzen, sie haben vor allem unglaublich starke Wurfwechsel, die sie beiratschen können, Schaden durch russisch zu trinkende Geschosse 22 und zerlegen somit gegnerische Generäle und anderes gepanzertes Zeug im Nu. Und diese Armee ist so aufgestellt, dass von vorne diese gepanzerten Einheiten und Helden kommen, das Feuer auf sich ziehen sollen und im Hintergrund warten, die ganzen Ungors im Wäldchen, um den Gruftkönig in den Rücken zu fallen. Ich hatte Glück, wir haben uns gerade so aufgestellt, dass wir nicht gesehen worden sind von der gegnerischen Armee. Glück gehabt, mein Gegner, was hat er mitgebracht? Wir haben einen Haufen weise Skelettkrieger, die sind schon mal sehr gut, um durch die Ungors und die Bestigos kaputt gemacht zu werden. Ein Anti-Infantrie-Regiment hatte allerdings die Wache von Keppra, super starke Anti-Infantrie-Einheit, super effektiv gegen Tiermenschen, die regenerieren sich, Bonus gegen Infanterie, magische Angriffe, die tun ziemlich weh. Ansonsten haben wir ein paar Skelettbogenreiter, günstige Plänkler, der Gruftkönige kann man immer ganz gut gebrauchen. Und im Hintergrund noch die Skorpion-Legion, ist ein bisschen besseres Speerträger, 43 Nahkampf haben wir Bonus gegen Groß, kann man auch gut gegen die Monster, die Tiermenschen einsetzen. Dann ganz besonders hier zu featuren ist der Hero Titan, der die Linie im Zentrum halten soll. Er kann nicht nur den gegnerischen General snipen mit Seelenraub und Schemsgleisenden Strahl und Magie erhöhen, was gerade bei, wie heißt der hier, Setscher den Unvergänglichen natürlich sehr viel bringt. Er macht auch Entsetzen und hält die Linie einfach unglaublich lang. Gerade umgeben von so viel Infanterie kriegt man den kaum tot mit 100 Rüstungen und 50 Nahkampfabwehr. Er hält gut durch. Dann haben wir einen Setscher den Unvergänglichen auf seinem Streitwagen. Das ist ja fast schon ein bisschen verrückt, was er den hier mitgebracht hat. Aber er berechnet bestimmt damit, dass, also damit kann man schon mehr Infanterie kaputt machen, als mit der Chemischen Kriegsphinx, wenn man das entsprechende Micromanagement reinsetzt. Viele Zaubersprüche mitgebracht, vor allem die gesegnete Klinge des Petra extrem gut, um gegnerischen Nahkampf zu debuffen. Oder Necrotec, auch sehr schöne Einheit mit Armschiene der Sonne, minus neun Nahkampfangriff und Schwäche gegenüber Feuerschaden. Ist natürlich gut für den Hero Titan, der hat nämlich Feuerangriffe. Und außerdem, ja, Streitwagen ist, und er kann heilen, soweit ich das sehe. Genau, er hat auch den Heilskill mitgebracht, mit dem er den Hero Titan, der sowieso so teuer ist und viel kann, noch aufheilen kann. Das ist praktisch seine Blob-Formation. Keine Ushabdi, Keine Ushabdi mit Großbogen. Und die Frage ist, können die Tiermenschen diese Gruftkönige knacken? Ich war ehrlich gesagt relativ guten Mutes. Meine Armee im Hintergrund habe ich erstmal ein kleines bisschen warten lassen, damit er sich voll mit seinem Angriff nach vorne hin committen kann. Und ihr seht, seine Kammeri begibt sich bereits nach vorne, beginnt auf meine Bestigos zu schießen, aber die haben 95 Panzerung. Deswegen stört es sie nicht ganz so sehr. Auch Satra, der Unvergängliche und sein Necrotec, laufen nach vorne. Im Hintergrund nutzen diese Infanterieeinheiten jetzt die Gelegenheit, um vorzustürmen. Und wer gewinnt im Kampf gegen Satra, den Unvergänglichen und Morgan in Schatten geboren? Es ist erstmal Satra. Er zieht sich sofort zurück und versucht sich die Bestigos hier im Hintergrund zu schnappen. Und der Schaden, den er macht, ach du meine Güte, 100 Angriffsbonus sind einfach nicht zu unterschätzen. Auf der anderen Seite sind einige unserer Sentigors direkt den Necrastischen Reitern in den Rücken gefallen, haben sie fast vernichtet. Und der Rest der Tiermenscheninfanterie kommt endlich in den Kampf. Hält auch sogar noch ein paar Infanterie-Kablerieeinheiten des Gegners auf. Und wir hoffen, dass wir in der Lage sind, den Gegner zu überrennen. Und wir hoffen, dass die Tiermenschen hier vorne durchbrechen können. Aber Satra lässt sich nicht lumpen, stürmt immer wieder hier in den Nahkampf rein. Die ersten Bestigoren sind schon fast tot, aber egal. Von hinten kommt der Ansturm unserer Infanterie auf die Nähe. Chaosdischen Krieger, die legendären. Wir haben Chaos-Spawn aktiviert. Aber wir werden durch die Gegend geschleudert. Habe ich schon mal erwähnt, dass Claude Laurent mal super gut aussieht. Ich muss sagen, mir gefällt es extrem gut. Ich könnte eigentlich fast nur die ganze Zeit hier das Ganze beobachten. Die wichtigen Kämpfe neben dem Blob-Kampf, der hier stattfindet, sind natürlich die Kablerie-Kämpfe. Denn meine Tiermenschen-Harmee hat praktisch nicht so richtig was gegen den Hero-Titan. Außer unsere Sentigors mit Wurf-Exten. Und genau die haben auch die Verantwortung, Satra den Unvergänglichen abzuwerfen. Sie öffnen bereits das Feuer mit ihren Exten und versuchen ihn niederzuringen. Aber er haut sich die ganze Zeit die heilige Klingel des Plach rein. Was natürlich super gut ist hier auf seinem Streitwagen, weil er die ganze Zeit meine Tiermenschen baut. Der erkennt, dass die Sentigors mit Wurf-Exten eine große Gefahr für ihn darstellen. Das Panel geht total daneben und versucht unsere Sentigors mit Wurf-Exten abzufangen. Aber wir hatten auch noch unsere eigenen Sentigors in Position, um die gegnerischen nekrastischen Reiter abzufangen. Aber wer gewinnt in diesem Kampf? Zwar haben die Sentigors einen höheren Ansturmbonus gegen die gegnerischen nekrastischen Reiter. Aber sobald der Nahkampf ein bisschen länger geht, haben die nekrastischen Reiter viel bessere Nahkampfangriffs- und Abwehrwerte. Vor allem, wenn der Necrotec noch in der Gegend ist und meine Nahkampffähigkeiten der Sentigors weiter debufft. Nichtsdestotrotz haben wir Saturn vergänglich und mittlerweile die Hälfte der Lebensenergie runterbekommen. Um die Sentigors mit Wurf-Exten auszuschalten, wird strategisch hier ein Regiment. Du schabt hier reingespawnt, aber es hat nicht so richtig geklappt. Ich bin geflohen, aber er kann sie trotzdem nutzen, um meine armen Zerstörer vom Drakenwald in den Rücken anzugreifen. Das finden sie ehrlich gesagt nur so mäßig gut. Und der Kampf läuft so mäßig für die Tiermenschen und so mäßig für die Gruftkönige. Die Tiermenschen fangen an langsam aber sicher zufliehen. Und Settel, unvergänglich hier, lebt leider immer noch. Zusammen mit seinem Necotec, der ihm ein bisschen Schutz gewährt. Und ein bisschen Cavalry ist auch noch dabei, alle auf der Suche, Settel und Settel mit Wurf-Exten zu erledigen. Dazu ist Settel auch auf seinem Streitwagen, auch wenn er Anti-Infantrie ist, mehr als gut genug geeignet. Im Zentrum hält der Hero Titan vollkommen unbeeindruckt durch die gesamten gegnerischen Armeen die Linie. Und der wird noch ein Riesenproblem darstellen. 8600 Lebenspunkte hat er noch, heilen kann er sich auch noch. Aber morgen, der Schatten geboren ist, chaotisch genug, trotzdem den Kampf mit ihm aufzunehmen. Der große Vorteil, den Morgue hier hat, er hat Magieresistenz von 25%. Und der Hero Titan hat magische Angriffe. Auf der anderen Seite regeneriert sich Morgue auch. Das heißt, er hat 25% mehr Feuereinfälligkeit. Und der Hero Titan hat, ja, das heißt plus 25, minus 25. Kommt vermutlich aufs gleiche raus. Mal sehen, ob Morgue der Schatten geboren hier gegen diesen 20 Meter hohen Hero Titan bestehen kann. Weil woanders kommt er jetzt ehrlich gesagt eh nicht hin. Ushabdi auf der Verfolgung der wichtigen Sentigors mit Wurf-Exten. Wenn irgendwas noch in der Lage ist, den Hero Titan hier zu vernichten, dann sind es diese Sentigors mit Wurf-Exten. Und auch Satcher der Unvergängliche ist so ein bisschen ein Kandidat, der vielleicht von gar nichts mehr besiegt werden kann. Außer diesen Sentigors. Und deswegen reiten sie vor. Seht euch das mal an. Der verfluchte Satcher Unvergängliche vertreibt ein Regiment Bestigors nach der anderen. Die sollten echt noch Immunität gegen, also Immunität gegen Psychologie haben. Das ist das, was sie vielleicht hier noch retten könnte. Was die Tiermenschen eigentlich noch ein bisschen gebrauchen können. Immunität gegen Psychologie haben sie ja nicht so sehr. Das macht sie ein bisschen schwächer gegenüber solchen untoten Fraktionen wie den Gruftkönig. Aber okay, Satcher und seine Gefolgsleute laufen unseren Sentigors hinterher. Hunde opfern sich heldenhaft, damit weitere Äxte auf Satcher abgefeuert werden. Und ich glaube, entscheidet sich jeden Moment dafür, doch die Fliege zu machen. Mittlerweile bei nur noch 836 Lebenspunkten. Jetzt heißt es lieber Noctis oder wie das Ding, das Schild gecastet, wie heißt das Ding, Nero's Anrufung des Schutzes, damit er noch überlebt. Und er kommt gerade so mit dem Leben davon in den letzten Charge of the Corx Mansion. Also die erwarten den Angriff, aber es nützt ihnen nicht. Sie werden trotzdem durch die Gegend gehauen, aber sie bleiben noch im Kampf, weil der Ruf der Gewalt aktiviert worden ist. Und ja, dadurch laufen sie nicht weg und können einige effiziente Schläge gegenüber den neekrassischen Reiter noch raushauen. Komm, hau ihn kaputt, lass ihn nicht zurückdrehen, Corx Mansion Reißer. Modell, lass ihn nicht kaputt hauen. Ach, warum schlägt er denn nicht? Ach, so traurig, so traurig. Ich habe dir das auch gesehen. Ich war auf jeden Fall ziemlich betrübt. Saturday Unvergängliche lebt immer noch mit unglaublichen 451 Lebenspunkten und vertreibt immer noch ein Regiment nach dem anderen. Haut sich jemand Nährungsanrufen des Schutzes rein und dodgt meinen Äxten. Und ich bin wirklich zu verzweifelt in diesem Zeitpunkt, denn ich weiß, wenn wir ihn nicht kaputt kriegen, dann ist das ganze Ding hier verloren. Glücklicherweise auf der anderen Seite, Morgue, der Schattengeborene, lebt immer noch fröhlich frisch im Kampf gegen den Hero Titan. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er ist offensichtlich unsterblich. Und ja, das ist relativ glücklich. Und zu dem Zeitpunkt darf ich mir, na gut, wenn da hinten Seton Unvergängliche steht, dann werfen wir eben unsere Äxte auf den Hero Titan und von 7000 Lebenspunkten mit ein paar Axtwürfen, mal sehen, wie viel er verliert. Auf einmal hat er 6200, ein paar mickrige, übrigens, Sentigors hauen ihn 1000 Lebenspunkte runter innerhalb von kürzester Zeit. Das ist die Stärke dieser Äxte. Da kommt die nächste Salve, 5500 Lebenspunkte. Das ist unglaublich, wie viel Schaden die Sentigors mit Wurf-Äxten machen, wenn man sie lässt. Und erneut kommt Seton Unvergängliche vorbei, um Ärger zu machen, um die Spestigors hier nochmal zu vertreiben. Mittlerweile bei 108 Kills und 1900 Schadenswert. Wie auch immer die Schlacht ausgeht, Seton Unvergängliche hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Und jetzt kommt der Angriff der Bestigung, was in einem Blödsinn der Sentigors, um Seton zu vernichten. 425 Lebenspunkte, 424, wir kriegen keinen Schaden rein. Der Necrotec kommt auch noch dazu, was unseren Nahkampfangriff praktisch auf 0 reduziert. Meine Einheiten haben sich zurückgezogen, weil sie alle schon fast tot sind. Seton lebt immer noch, immer noch 424 Lebenspunkte, wir kriegen ihn nicht kaputt. Und aus dem Caster die ganze Zeit außerdem noch die gesegnete Klinge des Plan. Damit zieht er unseren Nahkampfangriff auf fast nichts runter. Ziemlich starke Kombination, aber mit 36 Lebenspunkten würde er hoffentlich dann doch nicht mehr rauskommen. Und endlich, endlich explodiert dieser verfluchte Seton, der Unvergängliche. Und im Hintergrund, ihr habt es vielleicht gesehen, ihr habt es vielleicht nicht gesehen, ich habe es ehrlich gesagt auch, mich hat es auch im Nachhinein überrascht, als ich gespielt habe, der Hero Titan ist fast tot und wenn man bedenkt, der kostet glaube ich 2000 Gold oder mindestens 1900 und wird von diesen, von so ein paar halbtoten Regimentern Bestigos fast ohne Munition absolut in Stücke geworfen. Muss man schon sagen, also die Bestiges Sentigos mit Wurfechsen, Entschuldigung, ich wechsle immer den Namen, bitte keine Dislikes, deswegen, es tut mir so leid. Und sind einfach die absoluten MVPs, also vergleichbar mit den Schützenreitern des Imperiums, die hauen ähnlich rein, wie diese Bestigos, aber ich glaube, die, äh, wie die Sentigos mit Wurfechsen, die Sentigos sind glaube ich noch ein bisschen besser vom Schaden her, aber trotzdem ist noch nicht alle Tage Abend. Hier ist immer noch der Hero Titan, er hat gerade eine Heilung abbekommen und wenn hier auf einmal alles anfängt zu fliehen, dann kann es immer noch ziemlich schnell aussehen. Ja, ich meine, die Sentigos hier haben gerade mal 18, 19 oder, oder 20 Nahkampfangriff durch den Debuff des Necrotex, aber, aber er lebt noch. Ich meine, immerhin kann der Hero Titan nicht fliehen und er haut, er haut rein. Immerhin hat unsere Gegner keine weiteren Einheiten mehr außer den Hero Titan und er hat so viel Panzer und Nahkampfabwehr und wir haben ja leider nur, ähm, Sentigos ohne rüstungsdurchdringenden Schaden. Das heißt, ihn richtig kaputt zu machen, ist ein bisschen schwierig. Wir sind fast schon ein bisschen auf morgen den Schattengeborenen angewiesen, dem Hero Titan noch seine letzten 2000 Lebenspunkte rauszuziehen. Vielleicht helfen auch noch unsere Sentigos, die immer wieder von hinten reinkommen. 1800 Lebenspunkte beim Hero Titan, die Flaggen sind uns ein kleines bisschen im Weg und er haut einfach weiter drauf. Ich meine, er hat auch seine Glöckchen. Er fängt an zu zerfallen, was natürlich super gut ist für uns. Der Necrotex kommt auch wieder in den Nahkampf rein, haut ein bisschen, debufft uns, aber interessanterweise scheint, so richtig viele Modelle killt er nicht. Ich habe Schlimmeres erwartet und endlich geht er zu Boden. Da fällt er episch und dramatisch, nimmt noch 5 von den Sentigos mit in den Tod, während er umfällt und, ja, ich sage, morgen der Schattengeborene ist definitiv absolut OP, Leute. Unbeschreiblich, unglaublich und tödlich. Und das war's. Damit kann auch der Necrotex nicht mehr mithalten. Ich muss zugeben, die Tiermenschen gehen wirklich. Also man kann sie spielen. Ich habe bisher immer gedacht, das ist wirklich eine absolute Kackfraktion. Und sie ist bestimmt immer noch nicht eine der Besten, aber gerade diese Kombination, also Sentigos mit Wurfechsen sind absolute gnadenlose Mörder. Seht euch das mal an. 1200 Schadenswert hier, 2500 Schadenswert hier und 1800. Die Sentigos haben ihren Preis zwei- oder dreifach wieder reingeholt. Einfach durch die Äxte, die sie immer wieder geworfen haben und durch die Angriffe, die sie auch immer wieder durchführen konnten. Wie gesagt, gerade gegen Skelette oder gegen Infanterie kann man die auch einfach mal reinchargen lassen. Die haben genug Angriffsbonus, um da Ärger zu machen. Ziemlich beeindruckend. Und wenn das jetzt keine neikastischen Reiter gewesen wären, sondern Skelettreiter, hätten die auch gegen die Skelettreiter, denke ich, halbwegs gut bestehen können. Meine Hunde habe ich irgendwie vergessen. Die sind gestorben. Bestigores haben jetzt nicht gerade überperformt, was den Schaden angeht, den ausgeteilten Schadenswert, den sie angehen. Ich muss zugeben, in dem Matchup hätten es wahrscheinlich auch normale Goers oder so getan, aber die werden wahrscheinlich noch viel früher geflohen. Immerhin waren Koks Menschenreise noch bis zum absoluten letzten Teil der Schlacht dabei, bevor sie dann doch schließlich noch geflohen sind. Aber die Streitwagen, mein Setscher, der unvergängliche, war auf jeden Fall auch ein MVP, der ist einfach da durchgefahren. War ihm vollkommen egal. Ein Angriffsbonus, richtig viel rüstungsdurchdringende Schaden. Und nichts war da, um die Bestigores zu verteidigen. Da habe ich schon ziemlich hoch gepokert. Er hätte eigentlich fast Setscher viel, die ganze Zeit weiter durch diese Bestigores fahren lassen sollen und seinen Necrotecnen. Ich meine, das hat er auch zum Teil gemacht. Die haben richtig viele Kills gemacht. Ansonsten, die Ungors waren halt Masse, Masse, um den Gegner abzulenken. Das haben sie auch ganz gut getan. Letzten Endes haben sie gegen die Skelettkrieger halbwegs gut getradet. Insofern, die haben genau das gemacht, was sie sollten. Unsere Schatten-Schamane mit seinem Panel war in Ordnung mit 1000 Schadenswert. Und Morgan natürlich absolut auch MVP, 1700 Schadenswert gemacht. Er hat die ganze Zeit gegen diesen Hero-Titan gekämpft und irgendwie hat er es überlebt. Ich kann es immer noch nicht glauben. Und am Ende hat er sogar noch gewonnen. Auf der anderen Seite, nee, Krasnische Reiter. Guter Schadenswert von 370k. Das ist schon ganz in Ordnung. Vor allem die hier mit 929k. Aber am Ende haben es die Sentigors dann doch zusammen mit den anderen Sentigors mit Wurfechsen gerissen. Nee, Wache von Kebra. Gruftwache, super gut. 1097 Schadenswert. Der Rest war halt nicht so gut. Gut, war auf jeden Fall für mich eine spannende Schlacht. Skelettbogenreiter haben auch, wow, 670 Schaden gemacht. Ich denke, er hat sich die ganze Zeit schon eher auf meine Sentigors mit Wurfechsen fokussiert und die auszuschalten hat. Dann glücklicherweise nicht so gut funktioniert. Aber ich muss sagen, nee, Krasnische Reiter auf jeden Fall eine sehr große Gefahr für die Sentigors. Ich meine, die Sentigors mit Zweihandwaffen lohnen sich natürlich nicht, weil hier so gut wie nichts Gepanzertes da ist. Aber wenn man sich das hat bedenkt, die Nekrasnische Reiter sind im Nahkampf besser als Sentigors. Jedenfalls in dem Moment, ab dem der Angriffsbonus der Sentigors abklingt, werden die Nekrasnischen Reiter gewinnen. Und wenn der Necrotec, der ist natürlich super gut eingesetzt worden von Panty Esquire hier, mit seinem Minus-9-Nahkampf-Debuff, hauen die die Kavallerie der Tiermenschen einfach schon richtig gut weg. Im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte vielleicht schon vor den Hero Titan fokussieren können, aber der wäre wahrscheinlich nur wieder zurückgeheilt worden. Ich hätte meine Armee vielleicht auch ein bisschen weiter verteilen sollen. Meine Bestigors waren dann schon relativ stark gebloppt um den Hero Titan. Gut getan hat ihn das bestimmt nicht. Vielleicht den Necrotec. Den Necrotec, es hätte sich auch gelohnt, den ein bisschen früher zu fokussieren, um den Minus-9-Nahkampf-Debuff rauszunehmen, weil der war ja die ganze Zeit drin. Der hat auch bestimmt dafür gesorgt, dass die Skelette nochmal deutlich länger gegen die Ungors gelebt haben, als es zwingend notwendig gewesen wäre. Aber, naja, so kann es gehen. Ich bin froh, dass es doch noch geklappt hat, dass morgen der Schattengeborene fast unsterblich war. Und wenn ihr dieses Replay, wenn wir es gut fandet, lasst gerne einen Daumen hoch da und einen Kommentar. Ich habe vergessen, das am Anfang zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Armee-Wünsche habt, schreibt sie in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. DJ und Panty Esquire.